Diese USB-Stick-Kamera überzeugt mit einer hohen Auflösung und einem sehr guten Bildsignal. Das Kameraobjektiv kann ausgerichtet werden, um sich dem Umfeld anzupassen. Zum Einsatz legt man einfach eine formatierte Speicherkarte ein und dreht den Schalter um. Das Gerät hat Bewegungserkennung, kann also automatisch Aufzeichnungen anfertigen. Eine dauerhafte Aufnahme ist ebenso möglich. Zum Video wird auch der Ton mit aufgenommen. Hier sehen Sie jetzt ein Beispielvideo, der USB-Stick-Überwachungskamera. Das Videobild zeigt deutlich alle Details und ermöglicht eine zuverlässige Aufzeichnung. Auch Nahaufnahmen sind möglich, so dass man zum Beispiel diesen Schriftzug lesen kann. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de An enduring Ça byetzigen? www.alarm.de Es wird in der Näheien bin. Erwerben Sie das Produkt wird ebenso besitрас 당시 das Projekt mit unsermuss fishermen zu erfüllen. Vielen Dank.